6. Dezember 7. Dezember 8. Dezember Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht. So, geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find. Sind's gute Kind? Sind's böse Kind? Ende von Knecht Ruprecht von Theodor Starm. Gelesen von Kara Schellenberg in November 2011.